Im Namen des Vortus, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. St. Andreas Novena. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht, in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähne sie hier ihre Absichten, dass Jesus Christus, seine seligste Mutter, Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Sie werden sie ihre Absichten. Für diese Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht zu Bethlehem geboren wurde. In der durchdringenden Kälte. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall ummitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde pflege ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Vielen Dank.